Zu einem Dreiviertel merkt man... Danke, 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 danke. Ja, danke für die 10 Tage. Merkt man das eigentlich, dass hier, ich kann quasi direkt auf Lost-Rustland einziehen. Nein, ich hätte tatsächlich eine Bitte in die... Oh meinst du, du bist unterbrochen. Hallo Donner, du hast viele Reins verpasst. Du wurdest richtig gespemmt. Junge, diese Stimme. Hallo Donner, du hast Reins verpasst. Junge, danke für die 13. Ja, danke, Arbe. Okay, erzähl weiter. Wenn Arbes sich kurz beruhigen könnte, danke. Danke, 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 wie Sonne es sagen würde. Ich bin warm. Du musst jetzt mal kurz was tun für mich und für uns alle. Und zwar begib dich mal in eine Vollbild-Szene, wo du eine Bildschirmaufnahme zeigen kannst. Was passiert jetzt? Okay, ich schicke dir jetzt was privat. Oh Baby, Nudes. Man weiß, ich war die letzten zwei Wochen relativ viel beschäftigt. Und ich habe dir nicht immer die Wahrheit gesagt, mein Lieber. Oder was? Wie er dran sitzt. Wie er einfach dran sitzt. Ah, shit, was kommt jetzt? Du hast gar nicht gearbeitet. Doch, tatsächlich, ja. Ich habe übrigens meinen Job verloren. Neben dem ganzen Arbeitsstress hatte ich auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Oh. Und zwar würde ich dir das jetzt schicken. Ich werde mich dann gleich muten. Und dann kannst du dir das bitte anschauen, was da drin ist in dem Link. Losläuft. Und ich würde mal sagen, hör dir jetzt mal auf. Mann, Sonne. Niemand ohne Samtschein. Danke, Sonne. Dann schickt mal. Okay, ich bin dann mal kurz gemutet und höre den Stream an. Bis gleich und Gott, Fun. Danke. Ja, wir sitzen jetzt hier. Ich warte einfach. Ich weiß nicht, was passiert. Ihr habt doch, ihr habt einfach, ihr seid frech. Ihr habt was gemacht. Die Angst in seinem Gesicht. Ich weiß ja nicht, was kommt. Er schickt mir nichts. Ach so, jetzt macht er. Oh nein. KWR Geburtstag. Ihr habt ein Video gemacht. Ihr habt doch sicherlich ein Video gemacht. So, ich stoppe. 15 Minuten, was? Kann ich jetzt gucken? Ja, 15 Minuten. Guck hier. Steht da. 15 Minuten. Kann ich, kann ich jetzt auf Play drücken? Der Sound ist gemutet. Ja, ja. Let's go. Der Brafens. Eine Sunny-Set- und Cut-Produktion. Oh, Baby. Aus den Cloud Studios. Teuer. Günstig. Reduziert. Kostlos. Vor langer Zeit lebten alle vier Preistufen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärt uns Amazon den Krieg und alles änderte sich. Nur der Kawatar, Herr der vier Preistufen, hätte es sie aufhalten können. Aber als die Welt ihn am meisten brauchte, verschwann er. 100 Jahre vergingen und mein Bruder Sunny und ich entdeckten neue Kawatar, ein preisbändiger Nahens Euron. Auch wenn er über Euron-Fähigkeiten verfügt, er muss noch eine Menge lernen, bevor er jedem dem helfen kann. Jürgen, mein Kopf ist abgefallen. Ich glaube daran, dass Euron irgendwann herausfinden kann, wie teuer eigentlich kostenlos ist. Jürgen, was? Nice. Nice. Ihr seid so lost. Nonny. Nonny. Du meinst, in den Amazon Logistics- Das überschneidet sich gerade ein bisschen. Eine Führung buchen? Euron hat eine Glatze. Und wie teuer ist das? Warte, nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte was anderes sagen und mein Brain war zu langsam. Bitte klippt es jemand, bitte. Bitte. Stop it. Ich wollte was anderes sagen. Er ist lost. Mein Brain war einfach zu langsam. Alles wird zu schnell. Oh baby, das ist mein Beginnings-Dings. Hab ich schon mal gesehen. Was? Was ist denn los? Moin Kava, Alter. Alles gut zum Gut, sag mal lieber. Warte, warte, warte. Junge, Alter. Kava, du siehst aber echt gut aus. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier. Follow eurem Mound. Follow eurem Mound alle. Das ist schon mal echt gut. Ach, ihr seht das gar nicht. Warte mal, guck mal hier. Follow eurem Mound alle. Next Game Fortnite. Recent Subscriber. Oh baby. Hier haben wir natürlich den Easy Snack. Und 69 for 20 Subs. Das ist doch mal Stonks. Und die Online-Time ballert auch. Und Nerd ist der Einzige, der schreibt. Mate, ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Mach dir noch einen schönen Abend. Lass dich richtig beschenken und gut feiern. Oh ja, das habe ich. Ich wünsche dir nur auch noch in Zukunft alles Gute. Bleibst du, wie du bist. Auf dich. Ehre. Ah, nee, eine Frage noch. Wie teuer ist es nochmal kostenlos? Moin, moin, moin. Oh, das ist so peinlich. Hallo. 470 Kaisen nur noch. Ich warte kurz. Junge, Mann. Ich warte ganz kurz, bis der Donner seine 470 Kaisen hat. Das dauert auch nicht mehr lang. Wir können aber in der Zeit einfach hier sitzen. Junge, das war ja auch Lust. Das habe ich nur wegen Donner gemacht. Junge, Nerd, ich will hier sitzen. Zu weit. Dieser Action. Ja, und bei euch? Da kam auch zu reden eigentlich. Alles gut? Also, müsst ihr euch schon irgendwie selbst unterhalten. Selbst unterhalten kann ich mich eigentlich ganz gut. Aber ich möchte jetzt mal hier die Chance nutzen und Danke sagen. Danke für die letzten zwei Jahre. Oh, baby. Nice Content. Manchmal bis spät in die Nacht. Einfach Danke dafür. Das war echt eine nice Zeit. Letztes Jahr haben wir dir zum Geburtstag gratuliert, wie man das normalerweise jedes Jahr tut. Und deswegen, rate, kommt dieses Jahr nochmal was. Also, alles Gute zum Geburtstag. Bleib, wie du bist. Mach weiter so. Und vor allem, bleib gesund. Ich halte den Scheiß, der umgeht. Es ist nicht geil. Eine Frage hätte ich aber dennoch noch. Wie teuer ist eigentlich kostenlos? Zu reden, weil, ne? Dauert nicht lang. Wie teuer ist eigentlich kostenlos? Diese Frage geht mir seit Monaten durch den Kopf. Und ich kann sie nicht beantworten. Bitte, hilf mir. Ich weiß auch nicht. Alter, Janik. Ehre. Geil. Zehn Stunden nur Clips. So ist gut. Klar, man hat keinen Bock mehr. Junge, das ist echt nice, oder? Ihre. Nice. Du meinst in den Augen... Warbeats. Warbeats. Junge, alles passiert auf diesem Clip, Mann. Cautionless. Führung. Junge, was? Cautionless. Wie teuer ist das? Wie geil. Mein Brain war einfach nicht so langsam. Cautionless. Alter, der ballert. Junge, der war ja richtig gut. Justin. Oh nein. Dein Vater. Was? Moin Dad. Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Aber... Frosch im Hals. Justin, heute ist dein Geburtstag. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Hab einen wunderschönen Ehrentag. Und genieße diesen Tag. Denn... Dein Geburtstag ist kostenlos. Nur... Dann ist die Frage, wie teuer ist kostenlos, oder nicht? Oder doch? Junge. Oder nicht? Ihr seid zu los, Alter. Alles, alles Gute. Und... Ja. Ganz viel Spaß. Okay. Nice. Er war... Nein! Warum stirbt er? Nein! Nicht dein Ernst. Warum stirbt er? Du einfach, Junge. Warum stirbt er? Wandel ich weg? Warum? Junge, so saß Trendy damals da. Okay, es ist mir zu viel. Ne. Es ist mir zu viel. Ich habe Hunger. Ich gehe mir was zu essen holen. Es ist... Der Biet ist geil, by the way. Okay. Was haben wir denn da? Oh nein. Wer, da ist jetzt Booster drin. Ah. Ah nein. Geile Konfitüre. Oh, geil. Geil. Dieser Junge ist so lost. Was habe ich mit ihm falsch gemacht? His best nature. Mann! Ich habe heute auch Katzenfutter geschenkt bekommen. Das gönne ich mir. Junge, seine Stimme. Ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Viel Lustigkeit natürlich. Viel Pecorino-haftigkeit. Und bleib einfach so wie du bist. Wir werden jetzt das gute Katzenfutter essen. Das besteht aus Huhn. Das ist jetzt nicht wirklich, oder? Also es wirkt sehr, sehr lecker. Der isst das jetzt nicht wirklich, oder? Kriefer, nein. Nicht sein Ernst. Mmm. Es wirkt sehr, sehr lecker. Es sieht aus wie eine Jagdbrust. Eine Jagdbrust für Menschen. Für Menschen, Junge. Ich nehme mal so einen Löffel. Junge, nein, der macht es wirklich. Der Löffel ist tot. So, hier. Der Löffel der Gönnung. Oh nein. Der geht kostenlos auf dich. Oh, Ehre. Mmm. Oh, schmeckt ganz gut. Na? Wie schmeckt's? Solide, oder? Oh, man merkt, man sieht's. Das schmeckt doch. Wie er lächelt. Er sieht nicht glücklich aus. Aber die Frage ist jetzt. Wie teuer ist eigentlich kostenlos? Ja, das freu ich mich auch. Oh mein Gott. Juhu, it's me, Sonny. Huhuhuhu. Junge, was? Nein! Der Beatmaker. Lieber Justin, mir ist was aufgefallen, während ich dieses Stück gespielt habe. Und zwar, natürlich, mein Anblick auf diese Melone hier. Muss ich dir eins fragen. Muss aufpassen, was trinkt. Der Beatmaker ist kostenlos. Lieber Bruderherz, ich wünsche dir alles, alles, alles Gute zum Geburtstag. Und, ja. Hä? Dein Lebensjahr. Warte mal. Ich muss kurz zurückskippen. Das hab ich grad nicht gesehen. Ich wünsche dir alles. Wo kommt Klaude her? Die Geburtstag. Und, ja. Das ist dein Lebensjahr. Äh? Die Melone glaubt an dich. Die Melone. Hey Justin, alles kurz zum Geburtstag. Ich bin zwar wahrscheinlich der Unkreativste, der hier was mit einsendet, aber es kommt ja nicht immer auf die Kreativität an, um Danke zu sagen, beziehungsweise alles Gute zu sagen. Ehrenmann. Guckt euch diesen Ehrenmann an. Weil wir das eben zu selten sagen, macht man natürlich bei jeder Gelegenheit gerne mit. Ja, Mann. Und du tust so viel für uns, dass das Mindeste, sowas mal zurückzugeben. Cute. Aber eine Sache bist du uns immer noch schuldig. Nein! Hals im Haul! Wie teuer ist eigentlich kostenlos? Ihr seid alle los. Hallo Kaba. Oh, Baby. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du feierst deinen Geburtstag sehr mit deiner Community und mit allem, auch trotz der aktuellen Lage mit Corona und so. Und ich möchte dir zeigen, wie teuer kostenlos ist. Und das zeige ich dir anhand von meinem Studenten-Portemonnaie. Ich zeige dir, wie viel das kostet. Herr Rüpp, warte, ich kann mitmachen. Ich habe kein Geld. Naja, ich hoffe, du feierst trotzdem schön. Classic Nimo. Können wir Hashtag Gneif's bitte wieder starten, Alter? Die Musik. Oh nein. Donner 1, 2, 3. Was kommt denn jetzt, Junge? Warum sind da Strichwändchen in der Villa? Wo habt ihr das Bild überhaupt her? Achso, ihr habt das rausgekattet. Hallo, Carver. Ich habe... Nein. Okay, warte. Ich muss mich überruhigen. Ich muss mich kurz beruhigen. Wie soll ich die restliche Minute noch aushalten? Das ist, by the way, Donners echte Stimme. Hallo, Carver. Ich habe ein Gedicht vorbereitet. Houston, wir haben ein Problem. Abgestürzt ist das Betriebssystem. Das ist ja wieder so los. Ich hau das Ding auf den Kompost. Hä? Okay, nein. Spaß beiseite. Juhu, die Rüben da hinten. Heute an deinem Geburtstag möchte ich dir gratulieren. Das Gold. Ich hoffe, du wirst dich sehr amüsieren. Der Koffer. Denn es ist so ein schöner Tag, den doch jeder so sehr mag. Wo wären wir nur ohne dich? Sogar Boteron hätten wir nicht. Auch keine Flips und keine Clips. Nicht einmal Kek-Tode. Das wäre eine Katastrophe. Kek-Tode. Und deswegen ist heute so ein wunderbarer Tag, an dem ich dir mein Gedicht vortrage. Und so wünsche ich dir heute noch fett krass viel Freude. Aber bevor es heißt, Bruder muss los. Wie teuer ist eigentlich kostenlos? Oh mein Gott. Dieser Reib. Das ist auch nicht so genau. Hallo Justin, ich bin hier im Stadtpark. Ja! Und ich wollte dir alles Gute und einen schönen Geburtstag wünschen. Alter. Genau. Und zwar muss ich dir sagen, dass ich immer, wenn ich hier im Stadtpark bin und Leuten was zum Trinken ausgebe, dann fragen die mich immer im Nachhinein, ob teuer eigentlich kostenlos ist. Oh mein Junge. Ich kack ab. Das finde ich super. Moin Justin. Alla Kat. Herr Kat und ich wünschen dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Lass dich schön feiern und genieß den Tag. Dein Tag. Also mach das Beste raus. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, Dankeschön. Dankeschön für die Freundschaft, die sich hier entwickelt hat. Danke einfach für alles. Du bist einer der coolsten Schmitten, die ich kenne. Ich bin froh, dass sich diese Freundschaft hier so entwickelt hat. Ja. Sweet. Bleib so wie du bist. Du bist genauso richtig. Und ja, aber vielleicht kannst du mir noch eine Frage beantworten. Wie teuer ist kostenlos? Ein Lost-Dameigeschmack ist dabei. Vielleicht gehört habe, dass du bald schon in Rente gehst. Ich habe ein paar Lost-Devote meinerseits. Zwei Jahre ist es her. Da hat mir ja nicht schon mein Kampf-System-Streamer gezeigt. Oh, Baby. Und auch deine Qualität über diesen Zeitraum ist einfach enorm gestiegen, was man einfach gesehen hat. Oh, das freut mich. So, like, K-By-Air-Stongs einfach. Eins kann ich sagen. K-By-Air-Stongs. Mach weiter, so, mit deinem Content. Wie viele haben denn da... Oder vielleicht... 100? Und zum Schluss noch eine Frage. Ganz wichtig. Wie teuer ist eigentlich kostenlos? Das ist die Frage. Hey, Justin, mein Lieber. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und alles Liebe zum Geburtstag. Ich wünsche dir das... Oh, sorry. Der ruft Donna Gates an. Ich habe gar kein iPhone. Ja, hallo? Hey, Justus, mein Lieber. Was geht? So begrüßt er mich immer. Gehört von dir? Nee. Du bist gerade in einem Amazon Logistikzentrum. Du machst deine Führung. Geil. Kastenlos. Und... Wie teuer ist das? Leute, wir werden heute eine Beschwörung durchführen. Oh nein! Ich mache das auf keinen Fall zu Hause nach. Aber ich mache das heute für euch. Als erstes, um eine stabile Grundlage zu schaffen... Das kann doch nichts werden! ... brauchen wir natürlich erst ein Pentagramm. Was? Als zweites natürlich. Den Vater. Junge, ich kacke ja... Mach das Feuer weg! Was tut er? Junge, das Haus brennt gleich. Nein! Die Slots! Die gönnen... ...Huni eins... Junge, die... Was? Junge, der Vater kann doch nichts dafür! Dann als nächstes ein bisschen Ziegenmilch. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich dahinterstehen kann. Ich kenne den Jungen nicht. Und nun... ...ein bisschen was... Was? CSGO-Knight. ...un unserem Blut. Hey, nice Blut, Alter. So. Ähm... Was? Vater? Was ist mit dir? Oh, der Klo. Ich bin so verwirrt. Oh, Vater, was ist mit dir? Irgendwie... ... ist mir ganz... ... schwindelig. Oh mein Gott. Alter. Ja, wo bin ich hier eigentlich? Was denn? Fast zum Donation-Goal. Was? Was? Ist das etwa der beste Monster, den es gibt? Hier steht was drauf. Junge, er dreht einfach einen Film. Die erste Beschwörung ist kostenlos. Hä? Wie teuer ist denn kostenlos? Junge, hört auf mich zu killen. Was ist das? Junge, was ist das für ein Bild? Abonniert mich. Junge, das war doch wieder legendär, Alter. Junge, was war denn das, Alter? Junge, was... ... habe ich da gerade gesehen? Ich habe Nackenschmerzen, Alter. ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.